Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Ich hoffe, das Headset funktioniert jetzt wieder. Nachdem es gestern einfach so ausgefallen ist. Schauen wir mal. Okay, wen nehmen wir denn? Und wieso sind wir bloß 4? Das finde ich nicht gut. Ja, immerhin. 5 Leute plus 1 Rekrut. Mal gucken, ob das was wird. Wir lassen uns einfach überraschen. Den Standort des Bio-Befahrgut-Behälters finden Sie. Schauen wir doch mal, wo sie sind. Schade. Hätte ja klappen können. Weiter zum Bio-Gefahrgut-Behälter und diesen sichern. Schade. Ich weiß nicht. IchWei. Schade. Schade. Die sanitze. Elektronik Scanner sucht. Elektronik Scanner. Ein Verbleibungsoperator vom eigenen Trupp. Kommt der von unten? Oh ja. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das wird den Behälter sichern. So schnell ging das? Er hatte keine Chance. Die waren da alle. Was? Ist schon vorbei. Das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Ich bleib jetzt einfach mal drin. Mal gucken was passiert. Oder komm ich suche ein neues Match. Das wäre ein bisschen zu kurz. Hängen wir lieber noch eine dran. Okay, haben wir schon mal zwei, die im Team spielen. Wir spielen Bombe. Und das auf der neuen Map, glaube ich sogar. Hm. Ich bleib mal bei Jäger. Valkyrie hier hat übrigens die Fähigkeit. Wir können Zusatzkameras werfen. Wo es gar nicht schlecht ist. Ich glaube drei oder vier Stück sogar. Und die können wir anbringen, wo wir wollen. Also ziemlich cool. Der andere ist glaube ich Blackbeard heißt der. Und der hat einfach nur wie so ein Schild vorne an der Waffe dran. Was ihn so ein bisschen schützt. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Erstmal zumachen. So, dann machen wir uns mal hoffentlich vom Acker. So. So. Ich werde es aktiviert. Einfach in der Hoffnung, dass hier keiner reinkommt. Einfach in der Hoffnung. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Ja, da lief ich genau in die Schusslinie. Das war ein bisschen bitter, aber ich habe ihn auch hinter der Bombe gar nicht gesehen. Naja, vielleicht machen wir es jetzt besser. So, wen spielen wir denn? Vermeid. Für den Fall der Fälle. So, können wir starten. Ja, dauert noch ein bisschen. Jetzt geht es endlich los. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Feind. Schade. Okay, die sind auch da unten auf jeden Fall. Feind lokalisiert. Einsatz in zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Das Tolle ist, ich weiß auch gar nicht, wo die Kameras sind. Stehed ist. Ja. their 스ische Hand entwickelt. Nach. Entschärft sie zu K outra. Man kundcat, keine Augen. Mm. Ich weiß einfach gar nicht, aber Verkaut sich. Und so, soll der mal vorgehen? Ich habe ein neues Magazin. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ich kann, hier ist WLAN. Entschärfer wurde erneut gesichert. Nachladen! Jetzt ist alles nicht so geil. Ich gehe lieber mal zu den anderen. Ich habe den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Entschärfer ist online und aktiviert. Letzter verbleibender Gegner. So nicht. So nicht. Okay. Wieder verteidigen. Es steht 1-1. Es kann also noch spannend werden. Jetzt ist das 2017. Jetzt ist das 2017. So. Hoffen wir bald, dass wir das gewinnen. Wo sind wir denn? Wahrscheinlich wieder im gleichen Raum. Machen wir mal hier zu. Die Wand ist fertig. Okay, die wissen, wo die Feinde sind. Das sind übrigens die blauen, sind die Kameras, die wir gelegt haben. Woher bitte? Ja, natürlich hat er mich da noch gekriegt. Okay. Na, vielleicht kriegen wir das noch. Dann schauen wir mal, wo Ersch so rumrennt, falls wir die überhaupt sehen. Mission gefährdet. Bombenentschärfungsgerät wurde platziert. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Das ging daneben. Oh, aber direkt vor die Linse gelaufen. Naja, vielleicht haben wir jetzt wieder im Angriff bessere Chancen. Okay. 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 Ich glaube, die haben einen Recruit dabei. Weil nur vier von fünf fertig sind. acuerdo, den bitte ich runter. Okay. 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 Das könnte jetzt so langsam losgehen. Jetzt. Endlich. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entscharft sie. Man wüsste, wo die Kameras sind. Ich hab nichts mehr. Zeit für die neue Tür zu sprengen. Ich muss nachladen. Drohne bereit. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Spieler entdeckt. Ich hab's versucht. Hoffen wir mal, dass wir's machen. Sehr schön. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Jetzt müssen wir bloß noch die Wiederholung gewinnen. Oder die Verlängerung. Dann ist alles gut. Ich mach jetzt mal den hier. In der Hoffnung, dass ich damit besser spiele. Und hier sind einer weniger. In der Reich sichern. Die Bomben weiterschützen. Ich hab die Wand sicherer gemacht. Ich hab die Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. So, haben wir hier irgendwo Rüstung? Ah ja, da. Hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Kamereienposition Zugangssperre scharf gemacht. Schauen wir mal, ob wir die Runde holen. Okay, ich wollte eigentlich Twitch holen, während die in der Drohne war. Hat aber nicht geklappt. Ach, die stand ums Eck. Nein. Hätte ich das gewusst. Tja. Leider verloren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Haut rein.